Willkommen zu einem weiteren Part von State of Decay 2, was hat man gut gerade gemacht. Hat er erstmal getanzt. Die Sachen sind hier anscheinend schon fertig. Es ist jetzt zwei Tage, glaube ich, her von der letzten Aufnahme. Ich wusste gar nicht, dass das alles offline weiter lädt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was in der letzten Folge gemacht hat, ich glaube. Schon werden die Nachbarn ausgeraubt. Ich weiß nicht, wie man hier unten, in der Ausdauer, da ist das Blaue, da ist die Lebensleistung, wie man das alles wieder erhöhen kann. Licht. Können wir hier benutzen? Rationierung verorten? Ich habe davon keine Ahnung. Was ist das? Äh, weiter, weiter, schließfach, genau. So. Haben wir wohl irgendeine Mission? Gerade nicht. Oh, oh jup. So. Jetzt erstmal hier rausgehen. Jetzt die Tür bitte schließen. Hier wieder durch. Das Ding hier möglich auch wieder schließen. Wenn möglich nicht so laut. Weiß der Herr-Zombie. Fuck, Alter. Nacht ist immer so scheiße zu laufen. Oder zu fahren. Oh, Mann. Oh. Oh, ich muss ja... Oh, ich muss auf's. Oh, ich muss ja. Ah. Oh ja. Oh. Oh. Oh ja. Wo kann ich Benzin herbekommen? So, da waren es um mich. Ich kann mir nicht überlegen, dass der Truck hier fast leer ist. Könnten Sie sich mal... Dankeschön, ich würde mein Auto sehr gewaltigen. Ich brauche das noch. Was? Habe ich das gerade richtig gelesen? Die Zigaretten kommen gleich in den Müll hier. So einen Scheiß fange ich gar nicht jetzt an. Nicht gesund. Ich glaube aber, die Zombies sehen mich echt so leicht gegen dem Licht. Auch wenn das etwas dunkel ist. Hallo Freunde. Da komme ich ja noch nicht durch. Ich hatte ein Benzin. Wird knapp, ich weiß. Ich habe hier noch ein Messer. Was ist das? Hallo mit Feuerweckskrippern. Ich sehe immer gar nichts. Das hat sich dann mal erledigt. Oh Gott, ich habe es gefunden. Den Zug habe ich schon mal offline gefunden. So wie soll ich? Offline, nicht in Aufnahme. Ich habe es... Oh Gott. Hält auch schon mal ein Abwesen. Was würde ich hier sagen? Ich spiele es auch manchmal so. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr. Weil ich lieber alles aufnehmen und... ...einspeichern und weiterspielen. Aber den Zug hatte ich auch gefunden. Den hatte ich auch gesucht. Aber hier ist so viel Benzin. Hier wird mir nochmal Benzin drin sein. Das wird halt alles Benzin sein. Da. Gut, zum Glück habe ich ein neues gefunden. Ich hole mal die Ausdauer. Uh, oh Gott. Was ist das eine Ausdauer? Oh Gott. ...Fier in the Hall? oh der Nils, klar ahi Das ist kaputt, das... Ne, warte, das kann man... Ach so, das kann man reparieren. Wüsste ich gar nicht. Dann probiere ich mal das reparieren. So, wie ging das jetzt? Wie kann man das jetzt reparieren? Oh, den Abhängen ausrüsten. Ich kann... Nee. Hm. Keine Ahnung. Erhält damit Chemikalien. Das wird bestimmt ein Benzintank sein, also... Nee, natürlich ist es so ein Riesensack. Es ergibt ja Sinn, dass aus diesem kleinen Ding hier unten so ein Riesensack rauskommt. Ich tanke aber schon mal. Also ich tanke per Luft übrigens auf, also per Teleportation. Füllt es sich einfach so rein. Keine Ahnung. Dahin ist noch was. Benzin keine Sälepicher. Noch mehr will ich Wohne hier auffüllen. Oh, hier ist weniger Benzin. Na, hier ist nur was. Trotzdem ist es weniger. Auf der anderen Seite. Ist auch nichts. So, jetzt kann man das außen passen. Benzin Sammlung Anlage. Okay. Ich fahre mal noch mal ein bisschen rum. So, diese Folge. Haben wir mal ein bisschen spazieren hier. Überfahren von Zombies. Ich folge einfach mal den. Ah, Schien. Oh, na la la la. Hallo. Hallo. Dank. Ankunft. Oh Gott. Als ob das geklappt hat. Ich sehe rechts und links. Da sind solche Zombie. Das sieht man. Ansonsten sehe ich hier gar nichts. Hier ist eine. Aus Sicht Plattform. Und das Ding packt schon wieder im Auto. Eieiei. Gehen wir mal hoch hier. Natürlich mit Licht. Ich mache das Licht immer aus. Ah, ziehen. Wir überprüfen wir das. Das ist da. Außenposten. Freilufthaus. Freistehende Garage. Was sind das? Dirty Bird Espresso. Das ist ja voll wenig. Schäbiges grünes Haus. Und eine rote Garage. Was? Nee, das passt noch nicht. Ah. Es ist so dunkel. Soll ich ihn jetzt? Ja, es sieht okay. Wir hoffen, dass die Endung übernimmt. Die Endung übernimmt. Warte, ich kann jetzt da einfach mal so. Die Map ist schon riesig. Warte, was war das hier? Dirty Bird Ex... Äh, Ex... Sag ich schon. Das ist okay so. Permanente Schutzzone. Soll ich ihn jetzt? Naja, ich bin noch nicht hin. Da bin ich... Potenzielle Ressourcen. Benzin und... Diese Baudinger. Hallo. Warum... Gehst du du nicht? Warum ist denn der jetzt nicht die Leiter runtergegangen? Ist der dumm? So. Feiern wir mal weiter jetzt. Und wieder zum Beispiel überfahren. Hey, hey, hey. Ah, ich glaube, ich bin schon falsch abgefahren. Und schon wieder. Oh. Hallo, Zombie. Genau, hier. Was man hier drin so findet, da kommt man nicht. Hallo. Könntet ihr immer wieder auffüllen? Nicht immer anzugreifen? Oh, warte. Ich wusste, dass da einer steht. Da habe ich mir aber vorgeschraubt, dass das direkt um die Nägel kam. Mann, Mann, Mann. Ich bin leicht zu erschrecken. Auch wenn ich mir kippe an, ich drehe. Das Licht geht mit. Hä? Normal sollte das Licht die ganze Zeit so zeigen, wie ich mich überdrehe. Hier geht das Licht mit. Das ist mir grade einmal so aufgefallen. Kasten mit überschüssigem Bier Ne Alkohol Ist auch nicht gut Habe ich auch nicht mit Ist ein Scheiß da Munition ja nett Ey, ich sollte mal was ins Auto fahren Ich kann ja schon mal Ich glaube hier ist wieder so ein großer Sack Weil das so ein großer Feld ist Ja Wo habe ich mein Auto gepackt Hier Raffraum Zukunfts rein Dann trage ich Chemikalien da rein Mit jeder Satzteil So Oh, der kann beansprucht werden Ja, will ich auch meinen Kämpfen Maximale Stufe Okay Äh In das wollte ich aber nicht So war es das hier schon Was Wie kann ich die Ausdauer Komplett regenerieren Also bis sie komplett voll ist Ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause Was war denn das Ach Zack Durchhaltevermögen Mehr Gesundheit Normaler bin ich immer eigentlich der, der auf Schaden geht, aber Auch mehr Gesundheit Das Hey, das war eine kleine Tatsache, die du gearbeitet hast Ich habe keinen Auftrag Ich weiß von keinen Auftrag So Rette ein Klassiker Ach so Ach so Ich soll den Seuchenheim Ja, das können wir Ja, das ist voll Clem Ich werde es nur noch Hüsse Ich werde es nur noch Ich werde es nur noch Scheiße! Ähm... Ist hier jemand? Katsache Bringe Tyron zu rohen Lagereinheit Das So Ich würde jetzt Andi sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal, obwohl ich hier noch gut ziehe Gut Ah, wieder sowas, was ist das denn? Signal Antenne Umsatzzelle So, jetzt machen wir aber in der nächsten Folge Die dann halt auch wieder morgen 16.30 Uhr kommt, wie die heutige und die letzte Ja, dann bis zur nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert durch den Kanal, um keine weiteren Folge mehr zu verpassen So Rechts Oben Solltet ihr jetzt Links unten seht ihr die Playlist Rechts unten irgendein zufälliges Video Und rechts oben mein neuestes Video Also das ist Ist jetzt halt das vor dem Video hier Denn Bis zum nächsten Part Ciao Ciao Vielen Dank.